Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Tales of Rain Ravine und wir haben finally die Möglichkeit in den Competition Modus zu gehen und nämlich jetzt hier auch in den ersten Außenritt zu gehen. Oh mein Gott, schaut es euch an. Hier unten seht ihr die Reithalle, in der die ganzen Sachen bisher gewesen sind. Und ihr seht auch da unten schon einiges noch vom Gelände. Und hier seht ihr so den ersten Außenbereich, nämlich die erste Außen-Challenge, die wir hier haben. Und dafür müssen wir nämlich jetzt hier das Ganze in einem gewissen Tempo machen. Und ich bin gespannt, das dürfte nämlich ganz schön schwierig werden. Los geht's! Oh je, mini. Oh shit. Wo ist denn der Zweier? Oh mein Gott, wir sind jetzt schon mal direkt richtig schlecht. Da ist Fünf. Zwei ist gar nicht markiert. Oh mein Gott, es ist eine richtig leise Sache, wenn wir nur Sprung Nummer zwei finden würden. Fünf, vier, elf, acht, neun, eins. Da ist zwei, wir sind falsch rum ran. Oh mein Gott. Ähm, ja. Gut. Ihr habt gar nichts gesehen. Ja, natürlich, ja, ist klar, willkommen zu einem neuen, ähm, perfekten Run hier. Denn zwei ist einfach mal auf der anderen Seite. Habe ich natürlich gewusst. Von daher geht es jetzt an Sprung Nummero eins. Diesmal aber clever, wie wir sind von der anderen Seite. Los geht's. Auf geht's. Nummero zwei. Drei. Nummer vier. Verdammt, das ist nicht die Fünf. Die Nummer fünf haben wir, ich glaube, ja, da ist sie. Fünf. Neun. Das ist wie so ein Puzzle, ey. Okay, wir haben hier die Fünf nochmal. Und müssen, glaube ich, dann nach oben. Genau, da war nämlich die Nummero sechs. Dann die Nummero sieben. Wir sind richtig gut dabei. Nummero acht. Kein Fail bisher. Nummero, oh, neun. Die Zehn ist direkt auf der anderen Seite davon. Oje, ne. Zehn. Ich glaube, ich reite das Ganze gerade falschrum an. Nummero. Oh mein Gott. Spot ist sehr nervös hier. Dieses Hindernis ist nicht so easy. Für unseren kleinen Spot. Da, denke ich mal, wird es ein bisschen schwieriger werden. Ob wir das jetzt schaffen. Uff. So, Spot, jetzt kommen. Das ist zwar super weit, Spot, aber das schaffst du. Oh je, ne. Also, ich weiß nicht, ob Spot das hier schaffen kann. Das ist super weit. Und ich glaube, Spot hat hier ein bisschen Probleme. So, Spot. Spot, alle guten Dinge sind drei. Ja. Ich glaube, Spot hat einfach Panik davor. Gut. Ja, aber Spot, was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht für Spot, wie wir es schaffen sollen. Ja. Ich glaube, für Spot ist das Hindernis tatsächlich. Wie soll man das denn schaffen? Mensch, Spotty. Aber, 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 aber. Wir haben doch schon Hindernisse geschafft, Spot, die genau so schwer sind. Aber, es kann sein, dass Spot gerade tatsächlich keine Energie mehr hat. Doch. Noch geht alles. Hm. Aber, 11 ist dran, eigentlich. Ich glaube, Spot selber ist ziemlich unsicher hier gerade. Und Spot hat anscheinend Probleme mit diesem Hindernis. Also, können wir derzeit anscheinend hier nicht so großartig weitermachen? Oh je, wie ne. Ich würde mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich hier falsch mache. Also, wenn das noch mit Spot überhaupt möglich ist. Wir gucken mal gerade. Okay, hier können wir ähm, nichts dabei machen. Wir schauen noch mal gerade ins Freeriding rein. Hier habe ich übrigens noch ein neues Pferd da. Also, ich bin mal irgendwie überlegen. Sportschann 120, vielleicht könnten wir das mit. Naja, okay, mit Rose durfte das auch nicht besser laufen. Also, ich kann nicht genau sagen, woran es liegt. Ich finde auch da ganz klar, nur der erste Sprung ist markiert. Also, bisher ist es definitiv noch... Oh, ja. Ein Problem, was wir hier haben. Also, wir müssen... Richtig, richtig, richtig easy. Weil jetzt wissen wir das ja nämlich auch schon so. So, Nummer 7. Dann die 8. Wir wissen nämlich, dass die 10 da auf der anderen gegenüberliegenden Seite liegt. Das heißt, jetzt sozusagen... Hier rum. So, und da drüben haben wir die 11. Und das ist jetzt sozusagen aktuell unsere Nemesis hier, die 11. Ja. Also. So machen wir das jetzt einfach hier. Was Spot nämlich nicht kennt, machen wir einfach platt hier. 4 Fails. Es zählt also, dass es 4 Fails. Ja, also anscheinend hat Spot mit dem Hindernis hier echte Probleme. Also, dieses Hindernis ist anscheinend ein echtes Problem für Spot. Ja. So, abgeräumt. Und dann mache ich hier einfach mal Schluss, weil das ist anscheinend so das Ende. Das wäre noch die Möglichkeit. Wir können noch 11 und 12 machen. Sieht aber, finde ich, schon mal richtig, richtig gut aus, das Ganze hier. Also, auch wenn man mal so ein bisschen das andere hier außen rum schaut, die Gegend. Ist das wirklich, wirklich schön gemacht. Ich bin gespannt, was noch so kommt. Also, es macht wirklich große, große Fortschritte, das Spiel. Also, ich kann immer nur sagen wieder, ey, es macht verdammt viel her. Es sieht wirklich gut aus. Eure Meinung, wie gesagt, immer in die Comments. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht haben wir dann schon eine andere Version auch des Free Ridings. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.